Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, nein. Es ist vorbei. Ich habe vielleicht einen neuen Job am Start. Keine Sorge, das wird einfach. Wenn es einfach aussieht, ist es das meistens nicht. Wieso hast du es so weit kommen lassen? Hände hoch! Verschließ die Tür. Keiner kommt rein oder raus. Okay, alle herhören. Wir sind nicht zum Spaß hier. Ich habe hier die Verhandlungsführerin dran. Du solltest dich besser hinsetzen. Special Agent Decker, FBI. Hey, Mason. Amy? Schmeißt das FBI die Party hier? Wie viele Geiseln. Ich bin froh, dass du es bist. Wir sollten zur Sache kommen. Sie wissen nicht, mit wem sie sich anlegen. Ein Milliardär, der drei Putsche finanziert hat. Wenn er das hier herausfindet, wird er jeden in diesem Gebäude töten, um dieses Konto zu schützen. Ich weiß, du bist skrupellos, aber nicht so skrupellos. Dann drück jetzt ab. Ich lasse mein Team nicht im Stich. Sie schießen ja doch nicht. Sind Sie sicher? Wenn ich mich irre, sind wir tot.